So, oh Gott, der Nächste ist dran. Yay. Oh, Vortex ist dran. Ja. Moment, ich muss erst mal aus der Lobby raus. Nee, Lobby verlassen. Hallo, mach doch. Oh, meine Güte. Meine Güte. Die Paletten, die schuldest du mir aber, das musst du mir zurückzahlen. Oh, ja. Das macht dann so ungefähr, warte, 1,2 Millionen. Das waren ein paar Goldpaletten. Ich bin raus, tschüss. Äh, du schuldest mir Gold. Vortex ist dran. Was macht man denn da mal? Ähm, warte. Auf jeden Fall keine Haken kaputt machen, das ist unfair, weil er hat nicht so hochgelampt. Nö, ich mach gar keine Haken mehr kaputt. Ich glaube, ich bin eine Taschenlampe. Hm, eine Taschenlampe, okay. Und zwar mit... Verstärkung vom Lichtstrahl. So, wollten wir jetzt zusammen oder getrennt starten. Das ist mir relativ. Was hab... Ah, warte mal, was hab ich denn noch so? Das machen wir zusammen. Äh, was hab ich denn hier noch so? Lalalala. Ich glaub, dann nehmen wir noch das mit. Aber, warte, ich warst da mal falsch zu. So. Das klingt gut. Ja. Tote ist das. Oh, wir sind ein komplett gemischtes Team. Oh, ja. Ich möchte, ich möchte, ich möchte mal meine Karte ausprobieren. Buster, wolltest du nicht die G36 als Item nehmen? Ja. Da hab ich mich verklickt. Glück. Also, ich bin mit meinem Panzer ganz zufrieden. Ich bin mit meinem Panzer ganz zufrieden. Wer hat das denn gemacht? Wer war das denn? Also, ich nicht. Also, ich war's nicht. Wer hat das grüne Buch gemacht? Ich hab nix grünes. Ich hab kein... Ich hab nix grünes gehabt. Gori? Skorita. Nein! Alle sagen nein. Skorita. Ich hab nix grünes. Ich hab nix grünes. Am Sonntag. Jetzt sofort auf der Stelle. Er sitzt in Marmeladen, Omi. Lieste aus der Geschichte vor? Yay. Hänsel und Gretel, bitte. Hänsel ist blau. Yay. Hänsel und Gretel, die FSK 18 Geschichte, bitte. Hänsel und Gretel, die poppten sich im Wald. Es war so schichter und auch so bitterkalt. Sie poppten in einem Häuschen aus Kondomen. Fein. Wer mag die... Puffmutter dieses wunderschönen Häuschens sein? Das bin ich. So, liebe Kinder, das war die Geschichte für heute Abend. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Das bin ich. Ah, wie ist denn hier so der Toaster? Ich weiß schon wieder, welches extra ich am Anfang der Folge schneide. Das stimmt ich. Ja, wahrscheinlich. Ich hab ja auch, ich hab ja auch, ich hoffe, ich hab keine roten Bilder. Oh nein, wir sind wirklich hier. Ja, was so ein grünes Ding, was man da reinwirft, ist ja... Und mit verdichteten Nebelschleier, also sehen wir gar nichts mehr. Yay. Was soll ich denn erst sagen? Ich muss euch immerhin suchen. Ich hätte noch mal ein ganz dunkles Perk reinwerfen sollen, dann hätten wir gar nichts mehr gesehen. Juhu. Einfach nur so ein schwarzes Bild, wenn wir auf der Akustik gehen. Einfach den Typ wieder Taschenlampe verfolgen. Ah, was soll. Wir haben wie am Vortex verloren. Oh nein. Ja, das ist schade. Also Leute, wir gruppieren uns hier neu. Wir haben, äh, warte, wir gehen die Lageplan durch. Also. Ja. Aufklärung, hat gesagt, wir haben einen Feind. Mittlere Bewaffnung. Äh, wir teilen uns in zwei Teams auf. Äh, erstes Team ist schon weg. Aufklärung. Wir müssen, wir müssen jetzt aktiv werden. Verstanden? Ich hau dich. Also Leute, wir führen die Operation jetzt durch. Geh nach. Ja, lang. Jetzt unser erstes Ziel. Es hat die Hexe. Es hat die Hexe. Es. Es, es hat die Hexe, ist am Boot. Sollte hier irgendjemand versagen, bitte exekutiert euch. Okay, dann tschüss. Wir werden exekutiert. Bam, bam. Ja, schön. Und der Einzige, der es richtig macht, ja. Ja. Er legt im Übrigen, äh, Pfeilen vor die Generatoren. Also passt auf. Er kommt. Er, er, er macht die, er macht die ganz, äh, alte Masche. Das ist ja dann neulich. Also ich hab, ich hab. Er ist hinter dir, was er rennt. Gib Gas. Warum ist der hinter mir? Ich hab extra dir irgendwo Pfeilen gelegt, außer ein einziger und er spielt so. Egal, ich hab ne Taschenlampe dabei. Ja du, ich aber nicht. Ich glaub, wir haben uns getrennt. Alle. Ja, ähm, dann. Mit der Operation weitermachen nach eigenem Ermessen. Okay, ich kletter über die Mauer. Ich versuch's zumindest. Oh, nee. Er kommt. Oh. Oh ja, du blutest. Irgendwie so, als würde ich das freuen. Nein, jetzt sind wir ja Verbündete. So mehr oder weniger, ja. Ey. Wir haben gestern mehrmals den Arsch gerettet, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber gestern Leute kaltblütig einen TTT ermordet. Wunderbar gemacht. Ich weiß. Hallo. Hallo. Hat das wehgetan. Ne. Ich hab'n Holzschädel, da passt das. Dann bin ich ja froh. Hält das Ding dich eher auf deine Knie? Hast du nicht eher einen Metallschädel? Hier bei der Hexe hab' ich eher einen Holzschädel. Aber fällt das Teil nicht trotzdem eher auf deine Knie? Kaputt. Es wird Hexe schwer zu sagen, wo es hinfällt. In den Schritt. Da hat er auch wieder recht. In den Schritt. Ja, das stimmt. Das dachte ich mir auch grad so. Wollt ihr mal einen Medic? Ich hab'n Werkzeugkasten. Das geht auch. Möchtest du mal geschraubt werden, oder was? Das würde nur was mit Ortex-Überlebender wäre. Medic. Oh, mir ist hier überhaupt so nebelig. Ich werd' hier gepupst. Hoi. Was? Hat den Boden zum Frühstück. Ui. Ich hab'n Werkzeugkasten hier. Oh ja, Commander braucht Hilfe. Was für Commander, ey. Ich hole dir gleich auf den Kopf. Hier. Ich hab' kein Medickasten. Jetzt reparier mich doch. War nicht. Ich bin kein Medic. Warte mal kurz. Du kannst es auch so machen. Du musst dafür kein Medickasten haben. Ja, aber ich hab' Herzklopf. Ja, Entschuldigung, ich find' dich so romantisch. Kannst du jetzt mal was machen, Hack? Nee, komm mal nicht durch. Warum nicht? Ich bin doch schlank. Ich hab' Sport gemacht. Jetzt mach. Hallo. Jetzt mach. Warte mal. Heilen. So, Fähigkeitscheck. Schuhe hinter dir, rechts. Warum ist der General so lila? Da hab' ich dran gepinkelt. Tut mir leid. Hab' ich markiert. Revier markiert und so. Verstehst du? Hey. Oh, Falle. Na, auch hier? Nein. Warte mal. Wo seid ihr jetzt hin? Bock auf'n Kakao? Ja. Geil. Mit oder ohne Marshmallows? Äh, mit. Okay, geil. Mit, ohne. Also, wir müssen das machen. Wir haben noch was für'n Dritten. Aber ich hab'... Ich hab' auch... Ich hab' auch... Ich hab' auch... Hm. Das hätte ich gern. Aber ich hab' euch aus den Augen verloren. Irgendwie. Davor hat uns vorbeigelatscht auf einen Karten. Ich sagte, guck mal, als Überlebender kannst du dich super wasche checken. Das merkt einfach niemand. Warum ist der Generator dahinter, Lila? Äh, ich hab' mein Revier markiert. Kannst du das irgendwie? Ja, ich heb' mein Bein und dann... Eke. Nein, das ist die Karte. Achso. Ich hab, äh, Dings drin, Add-on, dass alle Überlebende... Er ist, glaub ich, da hinten grad am Boot, da sind die Krälen weggeflogen. Das stimmt. Er rennt mir schon die ganze Zeit hinterher, ey. Er mag dich. Jetzt lass ihn doch mal, Mensch. Am Boot kannst du ihn aber leicht abhängen. Vortex sagt gar nichts, der ist so ruhig. Er ist konzentriert. Ja, rot, der klebt mir am Arsch, ey. Im Arsch. Ich stehe auf, kleine Skori-Kinderärsche. Marmel hat einen Kakao. Oh, geil, ich will auch einen. Ist gleich fertig. Nice. Schuss, kleinen Schuss Karamellsirup. Geh weg. Geh weg. Wasser hat sich schon einen Schuss Wodka reingemacht. Das auch. Ich hab mir ja noch, hab mir doch auf Russisch gestellt. Der Kakao ist fertig. Ah, geil. Und halb Skori ist gefallen. Nein. Wir brauchen ein Pflaster. Skori down, Skori down. Und die Skori ist gefallen. So ein Scheiß aber auch. Ja. Wir werden im dritten Viertel. Mann, Mann, Mann. Die Leistung der Mannschaft lässt heute wieder zu wünschen übrig. Ja, tut mir leid. Oh nein, Skori. Ich hab immer ein paar Generatoren angemacht. Wetten der Maltensrechen vor Skori. Malt der wieder verfassungswidrige Symbole unter deinem Haken? Ja, ja, klar. Der Maltensreieck hat sich schon verpisst. Hat der was hingemalt? Ne, der war zu faul. Wie zu voll? Zu faul. Also du hast da nichts gemacht. Ne. Hundertprozentig sicher. Hundertprozentig nicht. Einhundertprozentig sicher, dass er da unten nichts gemacht hat. Ja, äh. Turi spielt gegen uns die direkt so. Was? Wie hast du ihn bestochen? Ich hab ihn so viel Angst eingejagt, dass er gar nicht mehr gegen mich spielen will. Absolut. Du hast in die andere Richtung geguckt. Ich hab das gar nicht begeben. Hallo. Hi. Palette. Ja. Ich mag meine Paletten. Paletten, 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 Paletten. Hä? Ach, ich hinterfrag das gar nicht. Warum? Weil irgendwie da was gesetzt ist. Au, das ist unfair, lass das! Das Hemd ist neu, verdammte Scheiße! Passt jetzt nicht. Nicht mehr lange. Willst du es mir nur wieder ausziehen? Du hast voll verlettern gedacht, Alter. Steh ich voll drauf. Die hat dir auch gar nichts getan. Außer dich brutal umgebracht, ohne dass sie in den Haken gehangen hat. Richtig. Großartiger Fähigkeitscheck. Oh, scheiße, du Drecksack. Hallo. Hi. Hi. Ich klau dir einen Geldrat. Hm, du bist sehr ungünstig gelandet, muss ich leider sagen. Ja, du wolltest dir mal einfach machen. Uh, Fähigkeitscheck. Fuck, nein doch nicht. Hast du da? Go, 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 go. Keine Ahnung, das wollte irgendwie nicht. Du machst einen Ausgang auf. Welchen Ausgang? Egal, nimm den irgendeinen, such dir einen aus. Nimm den rechts. Nimm immer rechts. Ich nehm den rechts. Ich nehm den rechts, Alter. Ich nehm immer rechts. Ich nehm immer rechts. So. Wie sieht's situationsbedingt aus? Oh. Soviel zum Thema. Hi. Go, 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 go. Alter! Vortex! Was? Ja? Halt deine Pisse mal bei dir. Nee. Als gerade übrigens wieder nur auf mich habt gesehen. Nein, der rippt gerade nicht hinterher. Das Landwien nach der Hagener Landkriegskonferenz verboten sind, ne? Ja. Bei mir nicht. Ist mir egal. Ich halte mich an sowas nicht. Sowas altertübliches. So was altertübliches. Ich möchte dich beim Volksgerichtshof anklagen. Ja. Warte. Ausgang 1 ist offen. Warum? Ey. Go. 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 Die Täter! Bitte! Das Anni ist unterwegs. Mach eine Spritze! Vendette! Vendette? Vendette. Oh, eine Spritze Kokain ist drin. Voll geil, danke. Wachen wir jetzt? Weiß ich. Piffen? Okay. Komm. Hier ist eh schon alles voller Rauch. Deswegen ja. Ich tue. Ah! Ah! Was tritt! Warte. Oh, hallo! Heilen. Nein. Ich hab Angst vor Spritzen. Lass mich in Ruhe. Lass mich gehen. Ne. Nein. 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 Ich hab Angst vor Spritzen. Nein. 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 Oh nein! Ach Mann, oh! Oh, da gehst du drei Meter zu weit, weißt du! Oder? Siehst du noch was? Hallo? Also? Wo ist eigentlich Skori? Meinen Taschenlampe? Dann cool! Hast du noch was gesehen? Nein. Keine Ahnung. Was ist eigentlich für Skori? Skori hängt doch unten vor der Lampe. Oh, ich bin auch rausgegangen. Oh, ich bin auch raus, was ihr rausgegangen. Ja, ich bin auch rausgegangen. Du vor allem. Ich hab ihn extra geblendet, das ist meine Taschenlampe leer. Was? Was? Von einmal blenden? Ich hab ihn die ganze Zeit raufgehalten. Er hat mich... Er hat mich... Also ich hab zweimal nichts gesehen, so viel kann ich sagen. Er hat die ganze Zeit in eine andere Richtung geguckt und da rumgerannt. Ihr freut den Spaziergang, ne? Skori, du musst dir ein rotes Licht suchen. Geh zum roten Licht. Nicht zum weißen. Nee, dann auch nicht zum blenden. Aber das rote Licht ist ja auch wieder falsch, weil der Killer hat auch rotes Licht. Dann geh zum... Nicht... Killer roten Licht. Zum nicht tödlichen roten Licht, oder was? Genau. Ähm, renn. Rennen! Warum ist da eine Falle? Buh! Nicht mehr rennen. Einfach weiter rennen. Doch, halt. Nein. Die Wände sahen eben grad aus wie so ein Stück Bacon. Ja, ja. Stück Bacon. Ja, keine Ahnung. Es gibt Gas. Renn grad aus. Los, los, los. Da ist was. Da ist Ausgang. Go, go, go. Du schaffst es. Du schaffst es. Renn. Renn für Olympia. Oh, Alter. Oh, Alter. Riecht den Welt report einfach durch. Egal was kommt. Alter. Oh, du schaffst es falsch bei dir. Ich dachte, wir packern dich da aufstellen. Alter. Ein paar. Ein paar. Zwei Stück. Ich hab die wenigsten Punkte einfach mal bekommen. Yay. So gehst du zur Lobby zurück, dann brauchen wir nicht erst rausgeben. Ja. Wetten, ich hab weniger Punkte als du, siehst du? Ich hab die wenigsten Punkte bekommen, dann schwere dich nicht. Ja. Aber wieso hast du eigentlich die Hexe genommen? Bist du nicht? Wir hatten doch erst einen hochgelevelten, oder nicht? Das macht bei mir keinen Unterschied, ob ich jetzt Level 1 oder Level 3 nehme, ist bei mir scheiße. Ich hab echt scheißegal. Ich hab meine, meine Karte verbraucht. Yay. Nee, hast du nicht. Jetzt sind wir noch im Übertal wieder raus. Ich weiß. Ich weiß. Das ist doch Spaß. Ich nehme ich einen Schlüssel. Okay. Wie gesagt, das höchste, was ich habe, ist sowieso Level 3. Das ist Killer und das vorhin macht es keinen Sinn, ob ich jetzt einen 1er oder 2er oder 3er nehme. Obwohl, nee, warte. Ich hab ne Idee. Aber war ne andere Opfergabe, immer dieselbes auch gemein. Ähm, ähm, ähm. Du, hast du noch das für den Werkzeugkasten? Hast du ja einen Werkzeugkasten, ne? Ja. Wen meinst du jetzt? Du, dich. Mich? Ja. SU, SU, nicht DU. Du hast doch einen Werkzeugkasten, oder? Ja. Hast du noch das Zahnrad? Äh... Wip. Ach, ich war ja... Warte mal, ich weiß das. Warte, ich muss... Habt ihr das Zahnrad? Ich hab es. Nee, ich hab keins. Okay, dann rüste das Zahnrad aus. Also jeder jemand, der es hat. Okay, ich hab's ausgerüstet. Du weißt, was wir machen müssen, ne? Ich würde... Was muss ich denn dann gleich drücken? Das weiß ich nicht. Mal gucken. Ah, das ist aber gemein. Vortex hat so einen hochgelevelten Killer. Ich hab... äh... Den scheiß Generator oben machen. Damit ich den Erfolg bekomme. Ich weiß nur nicht, ob das bei... Kinder deine Freunde zählt. Das weiß ich gar nicht. Also... Ich würd's gern ausprobieren. Also bitte lieber Killer, lass mir den... Generator da oben. Ich bin nicht lieb. Du hast mich als erstes getötet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dafür hab ich dir was von meinen Wraps abgegeben. War ich nicht der Erste, der gestorben ist? Ich hab nur... Ich nehm die für 5 Euro, danke. Ich verkauf den vergangenen Web auf Ebay. Wenn du glaubst, kriegst du da auch nochmal für 5 Euro. Und mit was... Mit was für einem Text? Ich hab Kaugummi, soll ich Kaugummi. Ähm, das ist... Aus den Händen deines Kekses, oder was? Ja, aber eines ganz besonderen Kekses. Der hat vier Überleben umgebracht. Ja. Des berühmten Keksmörders. Ja. Das Keks-Massaker. Ja, das Keks-Massaker von 1967. Könnt ihr euch noch an das Keks-Massaker von 1988? 880 erinnern? Ja, ja, ja. Das war nicht ich, da wurde ich grad geboren. Äh... Wasser? 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 Da hatte ich sehr viel Hunger. Wasser? Da hatte ich sehr viel Hunger. Guck dir mal nen Generator. Ja. Der Geist kommt! Ich steh direkt vor euch. Der Geist kommt! Der redet mir voll in die Arme! Ist okay! Ja, guck mal! Die wollen dich... Die wollen die Liebe schenken! Und du? Oh! Generator! Hallo? Hallo! Hä? 幅! Ja! Wie? Ja! Ja, als ich Mit信. Du musst Leertaste drücken! Feier! Leertaste drücken! Wenn du... Ey! Um das Add-On einzusetzen. Bräuchte man eine kurze Sekunde? Oh. Warum bist du nicht länger mit mir um den Generator gerannt? Das ist doch lustig. Ich bin nicht so doof wie die anderen Killer. Ich hab das bei dir gesehen online. Du kennst deine Schritte! Du hast verkackt! Nein! Du kennst die gar nicht. Ich hänge... Er kommt in die Irrenanstalt rein. Du hast er? Ja. Komm. Du lichst in dein Werkzeugkasten. Er kommt! Nee doch nicht! 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 Weißt du, er will nur deinen Werkzeugkasten! Wer hat ihn dich interessiert! Immer willst du nur meinen Werkzeugkasten! Oh! Ja sofort! Wird es sein, dass ich gerade beim Instant-Time einfach Leertaste drücken müssen? Müsste... 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 Ja? Ja ja! Ja, aber wir haben zwei Generatoren ins Instant-Time einfach hier! Ja super! Muss ich ja gar nicht mehr spielen! So was... So was würde ich dann doch eher für Online-Runden nehmen! Ja, ich wollte es auch nochmal ausprobieren wie es funktioniert! Weil... Bei dem Medicaster hatte ich sowas ähnliches! Es hat einfach nicht geklappt! Äh... Geht's ihm überhaupt raus! Ah, da! Ich bringe einen aus dem Fenster mit ihm! Wenn ich jetzt noch einen Werkzeugkasten verziehe, dann könnte ich das dann nochmal machen! Nee... Nee... Der App ist ja nicht mehr dran! Warum? Außerdem wollten wir das noch einmal ausprobieren! Ich will gerade jemand einen Tee? Einen Tee! Ja bitte! Schwarz, Weiß... Grün! Was ist denn ein weißer Tee? Ich hab nen Taschenlampe! Dann... Weiß ich ihn nicht! Vergammelter! Oh! Wird er nicht stehen bleiben! Hahaha! Ich habe eine Taschenlampe gefolgt und damit kann ich den Killer auf Auge hauen! Ah, fuck it! Hahaha! Wo bist du, Skori? Wir sind da im Haus! Wir sind im Haus! Wir sind im Haus! Ich drehe mich grad so um! Ich so, hä, was, wo bist du jetzt hinter? Was? Verräterin! Ich weiß nicht! Okay, sie sind nicht im Haus, sie sind hinter dem Haus! Aua! Hä? Hä? Meine Maus ist gerade rausgesprungen, ich konnte mich nicht mehr bewegen, geil! What? Was? Lass mich los! Nein! Wo ist er? Ah, hallo! Hier! Wo ist er? Keine Ahnung! Ich mach die Totems kaputt! Ich nicht! Aha! Das stört den Geist nicht, solange er nicht irgendeinen Skill von der Hexe hat! Mega! Warum sind sie eigentlich... Ich suche was! Ich finde es nicht! Ich finde es nicht! Findest du nicht? Ich finde etwas nicht, was ich eigentlich erwartet hätte! Da! Ja! Ich habe hier sooo... Schöne Sachen geschenkt! Zum Beispiel? Zu Weihnachten! Einen schnellen Rot und einen süßen Hund! Ich habe ja auch ehrlich gesagt zu Weihnachten! Wie geht es Whiskas eigentlich? Ganz gut! Ja! Er freut sich! Spielt er mit? Nein! Ähm, er spielt gerade! Ich sitze nur daneben! Ah! Okay! Geil! Whiskas! Du bist gut! Ihr werdet gerade von Whiskas geärgert! Was geärgert? Whiskas! Ja, sein Hund heißt Whiskas! Kann man eine Katze ihn essen? Nein! Sollte sie nicht probieren! Das könnte sehr störtlich für die Katze enden! Der Hund ist viel zu süß zum Essen! Er heißt Whiskas! Echt? Ist ja nicht salzig! Unser Besitzer ist salzig! Ich bin hinter dir Skori, nur so zur Info! Nein! Wie nett, jetzt warnt du deine Feinde auch noch! Ja, ich habe gesehen, wie er da gekrochen ist, weil er Herzdopfen hatte! Wo bist du? Hier! Hallo! Ah ja! Ich hab hier auch... Hä, was war das denn jetzt gerade? Guck, ich helfe dir! Okay, das war jetzt gruselig! Ich hatte jetzt gerade die Musik... Ich schweige dir die Taschlampe für den Killer auf! Nein! Ich hatte jetzt gerade die Musik von Mayast, wenn er sich auflädt! Oh! Ähm... Haben wir Mayast hier noch irgendwo rumstehen oder was? Ja, hier! Skori hat sich ver... Ne... Warte mal! Vortex hat sich verkleidet als Mayast! Aber als Geist! Aber eigentlich ist er Mayast! Aber eigentlich ist er Mayast! Ey, wieso... Der funktioniert gar nicht! Ey! Wenn du mir auf meinem Bauch leuchtest! Nein, nein, nein! Ich hab den noch ins Auge gelegt! Nein, das war auch auf meinem Bauch geleuchtet! Ich weiß nicht, wo... Wo du normalerweise was für Augen hältst! Aber das war mein Bauch! Da auf dem Kopf! Die zerleuchtenden Dinger! Hallo, Feier! Ich war schon durch die Palette durch, aber ist okay! Man kann's ja mal probieren! Hallo! Hallo! Das Stöhnen hört sich teilweise wirklich eher an, als hätte ich Sex! Also sorry, aber... Na, hab ich ja auch! Mit dem Harten! What?! Mit dem Harten! Mit dem Harten! Mit dem richtig Harten! Mit dem richtig Harten! Mit dem richtig Harten Harten! Geil! Gibst du mir einen ab? Nein! Das ist mein Spielzeug! Mano! Dann, dann muss ich die... Dann muss... Der Geist renne heute hinter euch! Ja, Leute! Dann muss ich die komische Waffe vom Geist nehmen! Nein, der hat hier mit dem... Scory, stopp! Stopp! Jetzt bleibt doch mal stehen! Brrrr, Scory, brrrr! Und der ist direkt hinter uns! Der Brotar hängt! Der Brotar hängt! Er hängt hier ganz schön rum! Brotar und Brotar-tar! Batotar, Batotar, batotar... Go, 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 go! Der Vortex macht es uns grad nicht ein. Wir müssen ja mein Bestes geben. Stimmt, das stimmt. Willst du nur wieder meine Kinderschokolade haben? Ja. Ja, genau die würde ich haben. Und noch viel mehr. Was? Was? Noch mehr Kinderschokolade. Und Schokoriegel und Milchschnitten. Ich hab keine Milchschnitten. Und jetzt? Ne, jetzt nicht mehr. Ich hatte auch davor keine. Wo hast du die hergerufen? Aber ich hatte höchstens Waxi-King da. Ja, die sind auch schon weg. Das stimmt sogar. Aber die hast nicht du die schnabuliert, sondern jemand anderes. Die Katze. Das glaubst du auch nicht. Das glaubst du nur. Ich hab mich getarnt. Ich hab mir extra so einen Ganzkörperanzug Verkleidungsdings zugelegt. Hast du noch Wassermel unter? Du hast dich verkleidet wie meine Schwester? Wow, du bist aber ganz schön geschonft, mein Guter. Ja. Ich bin tot. Ich bin sehr wiegsam. Ich bin geheilt. Ich bin tot. Ich interessanterweise nicht. Du bist nicht tot. Aber das wäre auch sehr merkwürdig, weil ich hab dich nicht an Agen gemacht. Ja, sieht aus, Kamer. Warum gehst du weg? Ich weiß nicht. Ich darf... Brother, warum gehst du weg? Ich bin tot. Warte, warum hast du das... Das geht nicht. Du schuldest immer noch Gold. Ich bin nicht tot. Ja, dann... Huch ich von deinem Konto auf. Nein, ich hab mein... Ich hab keins Konto. Ich hab mein Geld immer unter meinen Kopfkissen verstanden. Oh ja. Dann hab ich's aufgegessen. Oh ja, Baby. Oh ja, genau da. Hm. Etwas weiter rechts. Etwas weiter rechts. Oh ja. Oh, dankeschön. Warte. So. Na ja. Sitzt die Hose gut? Mhm. Okay, wunderbar. Ja, komm. Oh mein Gott, der Geist! Er ist real! Oh. Das ist Torgeliswil. Hallo. Willst du mit raus? Hi. Hi. Joris, komm mit. Komm, wir gehen zusammen. Komm. Wir gehen zusammen. Ich hab ne Karte. Die erlaubt es dir. Guck. Die erlaubt es dir. Komm. Was ist das für ein Geräusch? Deine Musik, glaub ich. Komm, wir gehen. Jetzt schon ziehen wir. Jetzt haut ihr euch alle drei mit einem. Das war's wert. Das war's wert. Alle wollen die Torgung hin. Das war's wert. Er geht einfach dahinter. Was? Was? Das war schon irgendwie doof, dass der Kinder sich so auf einer Stelle dreht. Mach nochmal, drehe dich mal grad. Aber der bewegt die Füße nicht mal. Ja, bitte. Kann ich eigentlich noch irgendwas anderes machen? Kann ich irgendwie, 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 irgendwie... Ja, guck mal. Wenn wir uns drehen, wir laufen. Laufen. Aber du nicht. Ey. In die Fresse, Alter. Mach das mal sauber. Mach das mal sauber. Mach das mal sauber. Mach das mal sauber. Wechselst du? Hier dein Freifahrtsticket. Ich hau. Gib dir nur dein Freifahrtsticket. Hier, nehm. Ah. 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 Okay, komm, ihr geht. Nein, er kommt. Ihr wolltet mich mitnehmen. Oh. Oh. Der ist jetzt schon wieder jetzt... Der ist jetzt schon lange gepisst. Weg, ey. Ah. Oh Gott. Das war so dumm. Ah. Gruppe verlassen. Wer ist denn jetzt eigentlich dran? Ähm. Fire? Oder Brother? Oder Scoria? Ich glaub, erst Scori, dann Fire und dann Brother. Ja, genau. Okay. Scori ist jetzt dran. Mit Keller sein. Yeah. Mit Keller sein. Mit Keller sein. Mit Keller sein. Okay. Ich weiß sogar, Scori wäre nach mir dran gewesen. Ich weiß das aber gar nicht. Ich weiß sogar, Scori wäre nach mir dran gewesen. Ich war immer nach dir dran. Echt? Ich war immer der zweite, ja. Ja. Es ist so lange her, dass wir das jetzt über uns sind. Stimmt.